Gute Kunstkenner, willkommen im Atelier P.P.T. Wie Sie sicherlich unseren reichhaltigen Ausstellungskatalog genommen haben, habe ich heute nicht nur die Ehre, Ihnen eine großartige Auswahl an Werken zu präsentieren, die aufwendig zwischen Tür und Angel produziert wurden. Nein, ich habe außerdem die Ehre, in eines der Kunstwerke, in einer Auktion für Speier. Der Regen aller Wissenschaft ist das Erstaunen, dass die Dinger sind, wie sie sind. Sicher nicht nur eine von vielen Tatsachen, die uns unser erster... mit seinem Werk »Mädchen schaut auf Gommitiere« ausdrücken möchte. »Mädchen!« »Das ist einfach grandios!« »Die Abbildung des Websites namens ist schwarz und weiß«, verweist sicherlich auf die bipolar-Episode in der Frühphase des... »Gützner«. Das ist eine Illusion, ein Künstler-Deutschstum. Also bitte, meine Herren, kommen Sie zur Ruhe. Sie sind doch Connoisseur. Ich würde sagen, bevor wir fortfahren, machen wir eine kurze Atem. Fahren wir besser fort, auf dass das nächste Werk Sie durch seine Simplizität wieder zur Kontinuus bringen würde. Dieser Simultan kommt erst vom Grün auf Blau. Was will uns der Künstler damit sagen? Was ist das für eine primitive Frage? Da ist gar kein Kontrast. Und Kontrastlosigkeit ist ja nun immer. Natürlich, um Raum für Interpretation zu lassen. Wie kühl! Oh nein, das ist Kasson! Ja, ach so, jetzt seh ich das erst. Ja, aber ich mein, ich seh doch auch schon, da kommt mir den Schmick aufgefasst. Ach so, das war Elbis vom Pfahl zu Kasten. So, der Berlisch. Man bekommt direkt das Gefühl, die geilen Blasen, du bist jetzt saniert. Ja, meine Herren, ich seh auch, Sie sind langsam warm geworden. Ich würde sagen, wir fahren gleich fort zu unserer Hauptattraktion unter der Auktion. Und ich kann Ihnen verwahrten, unser heut wieder... ... ist... Dieses Magnum Opus ist ein wahrer Metro der Collage. Und da ist ein Kontrast von Gelb auf Blau. Ja! Ja! Und er vermag es wie kein zweiter Random-Word-Arts über aufgekratzte Unterschenkel zu legen. Sehen Sie nun, die feierliche... ... des Meisters. Keine... ... weiß sie tot so. ... aber... ... Arteinträger. Oh, das ist ja einfach... ... das ist einfach unglaublich! Das ist wunderschön! ... und noch... ... ich weiß es nicht! ... 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